Was macht eigentlich Model und Bastian Schweinsteiger Ex Sarah Brandner? Im Interview mit Gala verrät uns die 32-jährige Details über ihr Leben und ob sie noch Kontakt zu ihrem Ex hat. Sarah Brandner, 32, hat definitiv noch die tolle Ausstrahlung wie vor einigen Jahren, als sie das Leben einer sogenannten Spielerfrau an der Seite von Bastian Schweinsteiger, 37, führte. Nun gut, der Ausdruck ist verpönt, immerhin sind viele Frauen auch während der Beziehung mit einem Fußballspieler weiterhin beruflich tätig, Sarah Brandner. Haben sie und Bastian Schweinsteiger noch Kontakt? Sarah war schon vor der Zeit mit Bastian ein erfolgreiches Model, auch wenn ihre Karriere durch die sieben Jahre mit ihm einen enormen Schub erhalten hat. Seit 2014 sind die beiden kein Paar mehr, Bastian ist längst mit Tennisspielerin Anna Ivanovic, 33, verheiratet, die beiden haben sogar zwei Kinder. Doch wie erging es Sarah in dieser Zeit? Gala hat sie beim Lunch des Taschenlabels We Collective und der Naturkosmetikmarke und Gretel in Berlin getroffen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017